Hi Leute, hier ist euer Soldat für neun im zwölften Part von Need for Speed und wir machen weiter. Gucken wir uns den Panaristen an. Haha, also das gefällt mir. So muss man es diesem Trotteln zeigen, Mann. Triff mich im Longhorn, wenn die Sache weg voll abgeht, oder? Ich würde gerne wissen, was Menschen hier singt, Mann. Bis später. Okay, ähm, ja, wo gehen wir jetzt denn, ähm. Gehen wir jetzt mal zu Spike, würde ich sagen. Ähm, wo ist Spike? Wo ist er? Wo ist er? Ah, da. Warte, fuck. Okay, los geht's. Weiter geht's. Und hier wieder ein bisschen Fortschritt haben. Hier, Fortschritt. Okay, schon betreten. Jo. Wo ist Travis hin? Keine Ahnung. Hier, Magnus postet ne neue Challenge. Wie soll ich irgendeine Chance haben gegen den Kerl? Bleib locker, Mann. Ihr wart gut. Gut reicht aber nicht. Du gewinnst keinen Blumentopf damit. Jetzt, der hier. Der war echt krass, Mann. Ich will das auch. Meinst du, Magnus schläft? Er sieht zwei junge Typen, die ihn in seinem Revier jagen. Nicht einen. Hä? Dieser Kerl, Mann. Muss ich's dir aufschreiben. Er hat dich auf dem Radar, Spikey. Nächstes Mal hab ich dich, Mann. Ja, ja. Oh, halt hier. Aber hier stehen Spikey. Immer schön positiv denken. Okay. Drift Contest mit Fishy. Okay. Wo ist er? Da. Einen... Na, von vielen, oder? Genau so war's. Genau so war's. Mal sehen, wie's halt jetzt läuft. To drift. Okay, Mann. Mal sehen, was du kannst. Ja klar, ist sexy, was ich kann. Wenn er mich durchlässt. Hallo. Schon hier ein bisschen Speed machen, hier. Wow. Wow. Nein. Ich muss die Stecki noch ein bisschen auswändisch lernen. Für mich. Ihr kommet mal. Nein. Wiew? Ich glaube, ich freue mich noch ein bisschen. Wow. Alles kommt noch gut voran. Nein. Aber jetzt aber. Wir fehlen gerade 20.000. Irgendwie. Ich habe das gerade nicht so. Wir sind mir auf, aber egal, wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir haben doch noch eine ganze Minute Zeit, also klatschen. Wow, wow, wow. Und Tagestellendster fällt. Bing. Nein, machen wir nichts. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Nee, das schaffen wir nicht mehr, das schaffen wir nicht mehr, ich habe am Anfang zu viel Fehler gemacht, gemacht, ach Mist, egal, es geht mir schon immerhin, klappt schon, klappt schon, Schreck ist halt ein bisschen komisch, zu driften, aber okay, okay, wow, 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 Ja, super, super Das war's für heute. Okay, okay. Mist, das wär nicht so geplant Ich hab jetzt mehr Punkte und die Kopfschonne wackeln, na super Das ist schon schwer genug, dann komm, wollen die Kopfschonne mitmachen ey, wow Nein, wieder falsch gefahren Egal, ich hab natürlich noch die meisten Punkte immer noch Ja, das ist mehr Ja, das ist mehr Guck mir in die falsche Richtung Warum die in die Steckpalt gehen und da gehen, aber wo ich immer hinfahre So wärs viel besser Aber nö, die mussten es ja eine Seitenstraße später machen Super Wow Was war's Ah Ja 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 So, mein Hammer Drift noch schnell. Okay, Hammerwein ist, wow, 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 Legs, aber du hast ihn gewonnen, nice. Das war schon mal ganz gut. Nicht schlecht, Bro. Rob hat recht mit dir. Wir sehen uns. Danke, Bro. Erstmal gehen wir zu Spike. Wo ist er? Ist echt wie ein Suchspiel hier. Seht ihr irgendwas? Ah, da. Super, super Versteck. Und los gehts. Einzelteile. Reise bis zur ziehen Linie. Wow. Wow, Kovac. Dodge Viper, Dodge Viper. Ford Mustang GT. Was ist der letzte nochmal? Keine Ahnung. Wie kommt es gar nicht vorwärts? Warum, warum? das war? Was ist das? Das war ich. Das war mein Hammer. Irgendwie komme ich gerade überhaupt nicht vorwärts. Nur sehr mager vorwärts. Ne, Leute, hat keinen Sinn. Ich muss tunen. Ich muss einfach tunen. Egal. Wir tun jetzt nochmal ein bisschen und dann mal schauen. Entzündung. Können wir das schon machen? Nein, wir haben 40 Motorladung. So, ja. Dann noch Nitro nochmal. So, das müssten wir eigentlich jetzt wieder gut vorankommen. Hoffe ich. Ich hoffe es mal, weil es wäre erst gut jetzt. So, machen wir erst mal ein weiterer. So, jetzt. Jetzt schaffen wir es, Leute. Jetzt schaffen wir es. Wieder ein gutes Gefühl jetzt wieder, weil wir haben jetzt viel getunt jetzt. Und das klappt jetzt. Ups, das ist das falsche Rennen. Na, egal. Zwei Minuten, okay. Kommen wir hin. Ups, das ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Noch 8 Checkpoints, das können wir noch schaffen Noch 4, noch 3 Ach, gewonnen Oh ja, einfach Bei Level 40, nice Okay, weiter geht's Ähm Ich glaub das war Das mit Menü war das doch Ja Letzte Rennen dann, oder? Oder? Ich weiß nicht Ich muss mal schauen Ich glaub schon Weil sonst wirst du dann wieder Egal, wir driften jetzt gut Hat er grad was? Egal Kamera und Action Hey, lass alles stehen und liegen und komm rüber Die ganze Risky Devil Crew ist da Das wird ein Irrer laufen Auf dem Freeway Mit näheren Autos gleichzeitig Beeil dich Ja, Clash Robin Erstmal hier noch schnell Driften Hey Mann, das war kein schön abgefahren Wie wär's mit noch einem Lauf? Nur ein bisschen anders Sag einfach Bescheid Bis später, cheers Okay Wow, wow Gerade ein bisschen ruckler hier Wow, wow Hey Mann Mir war langweilig Also hab ich einen Lauf organisiert Fühlt sich gut an Bin gespannt, wie du abschneidest Denk dran Siege sind gut Das Wichtigste ist aber der Ruf Höre immer auf dein Bauchgefühl, okay? Okay Mann, viele Worte Wow Wow, was war das? Oh, das war jetzt Wow, wow, wow Das war jetzt abgefahren Was soll ich sagen Du hast mich inspiriert Wenn du noch so ein Lauf hinlegst Werden wir das Ding rocken Weiter so, Kumpel Okay, naja Leute Das war's mir beim Ende Part Ich hoffe, es hat euch gefallen Vielleicht ist euch abonniert Und kommentiert Und seid beim nächsten Mal bei Von Nifaspeed 2015 Von Saulus95 Ciao